Pietro Lombardi, 28, hatte vor einigen Wochen verraten, dass er eine Frau datet, nun scheint es ernst zwischen ihm und der schönen Unbekannten zu sein. Denn, nachdem der Sänger in seiner Instagram-Story ein Bild von seiner und einer Damenhand gepostet hat, ist die Aufregung bei seinen Fans groß. Pietro reagiert jetzt auf die zahlreichen Nachrichten, die ihn via Social Media erreichen und dabei rutscht ihm glatt ein wahres Liebesgeständisch heraus. Wie sich das anhört, das gibt es in unserem Video zu sehen. Eigentlich ist es nur ein harmloses Foto und doch eine kleine Sensation, Pietro postet ein Bild von seinem Arm und seiner Hand, auf der ganz deutlich noch eine andere Hand liegt, die perfekte Maniküre lässt auf eine Damenhand schließen. Dazu schreibt der Sänger, es ist Zeit, neue Türen aufzustoßen und neuen Anfängen zu vertrauen. Wenn ich mich bereit dafür fühle, erzähle ich euch bald mehr, nachdem Pietro nach diesem Post unzählige Nachrichten ereilten, scheint es so, als möchte er seinen Fans noch etwas über die potenzielle neue Frau an seiner Seite sagen. Auf Instagram bedankt sich der 28-Jährige für die positiven Reaktionen und verspricht seinen Followern, der Tag wird kommen, wo ihr diesen wundervollen Menschen kennenlernen dürft. Wow, Pietro scheint ja mal so richtig auf Wolke 7 zu schweben. Doch welcher Frau gelten seine Zeilen eigentlich? Viele Anzeichen bei Instagram sprechen dafür, dass es sich bei der neuen Frau in Pietros Leben um die schöne Influencerin namens Laura Maria handelt. Ein neues Indiz dafür, dass die Vermutungen stimmen könnten, ist ein Foto der jungen Frau. Dort trägt Laura Maria ein ganz bestimmtes weißes Oberteil. Und genau von einem solchen Shirt kommen in Pietros Händchenhaltenfoto die Ärmel heraus. Purer Zufall oder doch ein klares Indiz? Wir bleiben dran. Nachdenken. 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 Nachdenken.